weiter geht's in der dunkelheit 1 2 3 renny komm vorbei wir tasten uns einfach an der wand weiter was hast du davor zu sanua da mein feuer hilfe ein feuer dass ich nicht sehe okay ihre augen sind blind nicht die umgebung wasser 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 aufwärts aufwärts wasser 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 war 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 wasser war war wasser war wasser war war das war warum jetzt fängt fängt der landrick auch noch an zu sehen war 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist aber auch gemein, man verliert voll die Orientierung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, das sind zwei Ja Ich atme schon mit Wollen wir einfach den Wasser, oder? Okay Boah, ich hab noch nie so ein Spiel gespielt, wo so heftig ist Das ist ja echt Wahnsinn Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Boah, ich dachte gerade, dass das Vieh So, das ist dann Mauer Mauer Ja Und jetzt? Ne, jetzt wollte ich mich verarschen Ich bin doch da nirgends mal reingelaufen Ich bin doch da nirgends mal reingelaufen Ich bin doch da nirgends mal reingelaufen Das Ding ist, dass ich Ich weiß gar nicht Bin ich gerade in einen reingelaufen oder nicht Da vorne ist was Da ist noch einer Da auch noch Ist das hier richtig? Ich bin gerade in einem Ich bin gerade in einem Ich bin gerade in einem Oh ja, jetzt darf ich ja noch rüber In der Dunkelheit Das möchte ich gerne sehen, dass das einer kann Also, ich hab das mal ausprobiert mit einem ganz normalen scheiß Balken Das funktioniert so nicht Das muss man ganz oft geübt haben Uiuiui Es ist ein Welle Ein Brunnen in einem Haus Fuck you, Dylan Was war das jetzt? Bin ich in einen reingelaufen? Okay Oh, die kommen auf mich zu auch Also sorry, aber das Level ist ja Das finde ich ein bisschen ungerecht Dass man da denn Es ist schon ziemlich ungerecht, dass man hier wegen dem Mark das auch kriegen kann Weil das ist Es ist wirklich unfair Das hat nichts mehr mit dem Spielprinzip zu tun Weil das, ja Wenn man es nachher nicht schafft Wenn man das Spiel vorher nicht kannte Das ist dann ätzend Was soll sowas? Was soll das tun? ...und hours, days even... ...trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were... ...gone. And when it finally let her go, she could be anywhere... ...with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope.